Und damit hallo, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Shakes & Pidget in der Welt 1 International hier bei VT Gaming. Wieder einmal ist Freitag, wieder einmal steht ein Event vor der Tür, dieses Mal wieder das Gold-Event. Bleibt also abzuwarten, was denn mit dem neu gewonnenen Reichtum dann im Laufe des Wochenendes so geschieht. Aber nichtsdestotrotz kümmern wir uns erstmal um die aktuelle Situation. Ich habe natürlich fleißig gequestet und habe inzwischen das Level 237 erreicht. Fangen wir wieder oben an, wie gehabt. Gehen wir erstmal kurz aufs Klo und schmeißen hier irgendwas Lustiges rein. Nehmen wir heute mal hier diese Handschuhe mit dem extra Geschick-Bonus. Macht natürlich Sinn, dass da jetzt Kriegerhandschuhe rauskommen, der mit Geschick jetzt nicht allzu viel zu tun hat. Aber kein Problem, vielleicht bringt es ja dennoch was. Und wir stellen fest, nein, das ist nicht der Fall. Gut, ich sehe hier gerade, hier kann man noch das ein oder andere Level abverteilen. Das tun wir natürlich gleich. Ja, aber machen wir erstmal weiter. Greifen wir erstmal kurz jemanden an. Sehr schön. So, gucken wir mal einen Zauberladen. Da sind wir jetzt auch auf bestem Wege für die letzten beiden Verzauberungen. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Woche noch was kam. Ich glaube hier 8.11. die müsste neu sein. Natürlich ist schon verzaubert. Charakterseite hatten wir ja quasi eben. Nichts Wildes. Ich habe jetzt die Stats ein bisschen angehoben jetzt, damit eventuell vielleicht da doch mal ein bisschen mehr passiert im Rahmen der Dungeonjagd. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. In der Gilde sieht es an sich ganz ruhig aus. Wir sind inzwischen Gang 19, also haben wir uns schon gut nach oben gearbeitet. Gildenklima ist wie gehabt total cool. Und ja, es geht vorwärts. So, und dann sind wir hier auch schon. Nein, machen wir aus die Festung noch eben. Es ist inzwischen echt sehr anstrengend hier vorwärts zu kommen. Die Updates dauern wie gehabt rund 2 Tage. Ist natürlich nicht so der Knaller. Ich habe jetzt die Ressourcenproduktion auf Stufe 10 angehoben. Gleich mit der Festung. Alles andere versuche ich jetzt dann noch ein bisschen nachzuziehen. Aber wie gesagt, das dauert. Gut, aber hilft ja alles nichts. Muss ja sein. Ja, und dann sind wir hier auch schon im interessanten Bereich. Und zwar auf der Dungeon-Seite. Gucken wir doch hier gleich mal in das Dämonen-Portal. Machen hier noch ein bisschen Damage. Und dann fangen wir hier im 13. Stock an. Und gucken doch mal, was der letzte Kollege hier so zu melden hat. Oh, doch, ich gehe davon aus, der wird fallen. Das sah schon insgesamt nicht verkehrt aus, gerade eben. Dafür sieht es jetzt umso schlechter aus. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, der will uns gerade ärgern. Da legt er erst so einen guten Try hin. Und jetzt will er hier gar nicht mehr. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm. Wäre schon nicht schlecht, wenn der fällt. Aber offensichtlich ist uns das nicht vergönnt. Das heißt, wir werden dann doch erst mal nach Osteros schnicken. Und gucken, ob wir da um wo wir reisen können. Aber ich glaube, Petir, der Pimp, ist da noch eine Spur heftiger. Ja. Sieht ganz danach aus. Aber was so ein richtiger Pimp ist, der legt sich auch nicht einfach so mal hin. Ist ja auch durchaus verständlich. Ja, an der Stelle entschuldige ich mich recht herzlich dafür, was meine Maus hier so tut. Irgendwie hat die dumme Angewohnheit, ab und zu einfach mal ein Doppelklick zu machen, statt nochmal ein Klick. Oder sie klickt halt mal gar nicht. Ich werde jetzt auch im Anschluss gleich mal in Mediamarkt rocken und gucken, dass ich da eventuell Ersatz kriege. Die Nummer mit dem Helgor hier stört mich ein wenig. Eigentlich würde ich den gerne liegen sehen. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass das ja dann auch wieder ein Level-Up bedeutet, was unserem Turm durchaus helfen könnte. Aber es sieht fast so aus, als wäre uns das nicht vergönnt. Jus, hilft ja alles nichts. Dann gucken wir direkt mal in den Turm und schauen mal, ob wir da wenigstens ein bisschen vorwärtskommen. Wie gesagt, ich habe ja die Attribute hier ein bisschen angepasst und dementsprechend müssten jetzt meine Begleiter auch ein bisschen stärker unterwegs sein. Schauen wir doch mal. Der Vergnügungssüchtige. Ups. Sieht jetzt auch nicht so gut aus. Mensch, was ist denn da heute los? Also irgendwas muss hier heute noch fallen. Das wäre ja sonst langweilig. Aber es sieht nicht gut aus. Nein, ich glaube, das soll heute nicht sein. Ist natürlich bitter. Ich würde sagen, dann nutzen wir die Gelegenheit doch und gucken uns hier nochmal diese Geschichte mit dem Gilden, nein, mit dem Festungsangriff an. Schauen wir nochmal, was uns hier vorgeschlagen wird. Ein Grab, Mati, Stufe 155. Ich habe die Befestigung schon ganz schön krass ausgebaut. Ich glaube, der ist zu heftig. Hm. Ich stelle gerade fest, meine Soldaten sind nur Stufe 62. Das ist natürlich nicht gut. Ich kann sie jetzt auch gerade nicht upgraden, da sich die Schmiede im Ausbau befindet. Ungünstig. Würde ich meinen. Dann, ja, probieren wir es ja einfach mal mit dem Kollegen. Tun wir es einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und da uns ja auf der Dungeon-Seite da jetzt heute nicht so viel Glück zugesprochen wurde. Vielleicht klappt es ja dann hier. Aber, auch das sieht nur bedingt gut aus. Wobei ich hier nicht wirklich einen Überblick habe, wie viele meiner Jungs jetzt noch fähig sind zu kämpfen. Und wie viele nicht. Aber schauen wir einfach mal, was hier passiert, wenn wir hier die Kämpfe durchklicken. Und da haben wir es nicht geschafft. Mensch, das ist ja bitter. Aber an so einem Freitag, den 13. kann man durchaus auch mal ein bisschen scheitern. Ja. Gut, dann gucken wir noch mal hier direkt auf die Übersicht. Gehen hier vielleicht noch mal am Rad drehen. Vielleicht passiert da irgendwas so ein geheimer Gewinn von wegen 100 Level-Ups oder so. Leider nicht. Aber Erfahrung war schon mal die richtige Richtung. Ja. Gut, dann soll es das auch erst mal gewesen sein. So wirklich vorwärtsgekommen sind wir jetzt leider nicht. Aber vielleicht klappt es ja dann in der nächsten Woche ein. Bisschen besser. Hups, jetzt habe ich mich hier glatt ausgelockt. Das war jetzt so nicht geplant. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu Shakespeare in der Welt 1 International bei VT Gaming. Bis dahin.